wir müssen im garten noch was tun schön dass er da warten haben ja jetzt auch alles besprochen da wisst ihr wie das ist wenn man haus hat schönen dank wohnen bei der wbg all inclusive das ist okay jetzt merkt man es ganz deutlich der hochsommer schwenkt in den spätsommer der unterricht hat wieder begonnen und nach der haupturlaubszeit ist wieder normalität eingezogen herzlich willkommen bei rz tv woche diese normalität bemerkt man nicht zuletzt am nachrichten aufkommen das jetzt wieder kräftig gewachsen ist was uns die vergangene woche geboten hat haben wir für sie in einer runden halben stunde zusammengefasst ab dienstag wird in annerberg buchholz die adam riesstraße bis einschließlich dem kreuzungsbereich b101 haldenstraße aufgrund von bauarbeiten in zwei abschnitten folge sperrt unter anderem kann dann die arbeitsagentur annerberg buchholz auf der paulus denisiusstraße 43 nur noch eingeschränkt angefahren werden betroffen sind auch die bereiche des landratsamtes die sich im gleichen gebäude befinden wie zum beispiel jobcenter oder zentrale bußgeldstelle besuchern der arbeitsagentur und des landratsamtes wird empfohlen die umleitungen zu nutzen der verkehrausrichtung freiberg wird über die b95 und die semartalstraße umgeleitet der gegenverkehr über die straße der einheit die bärensteiner straße und die b95 einschränkungen im stadt und regionalverkehr des öpnv in annerberg buchholz unter kabeljournal.de unter nachrichten suchwort umleitungsfahrplan oder unser www rve punkt de in sachsen feierten am 22 august rund 36.000 abc schützen ihren schulanfang in lauter bernsbach hat für 73 mädchen und jungen ein neuer lebensabschnitt begonnen sie werden in den nächsten vier jahren in drei klassen die hugo amend grundschule in bernsbach besuchen bei der schulanfangsfeier wurden die neuen von den schülern der vierten klasse begrüßt in ihrem programm zeigten sie was die schülerin lisa lustig an ihrem ersten schultag erlebt dann durften die schulanfänger ihre zuckertüte suchen damit jeder mit der richtigen zuckertüte nach hause geht lag im klassenzimmer für jeden abc schützen ein bild von seiner zuckertüte zum vergleich achtung erstklässler so heißt es ab heute wieder auf den straßen in sachsen werden die sechs bis siebenjährigen zu beginn meist noch von den eltern begleitet sind sie dann zunehmend auch allein unterwegs alle verkehrsteilnehmer sollten dann daran denken kinder bedürfen im straßenverkehr der besonderen aufmerksamkeit und fürsorge sie können verkehrssituationen nicht ausreichend wahrnehmen und vorausschauend handeln in der grundschule an der riesenburgen annaberg buchholz brachte die erste unterrichtsstunde für die schulanfänger gleich eine überraschung diana utremba und holger trautmann von der gebietsverkehrswacht annaberg erzgebirge detlef härtel und marian stellt sich von der dekra und schulweghelferin brigitte menge brachten für jedes kind ein gut erkennbares rotes basecap mit insgesamt 1400 dieser mützen wurden im erzgebirgskreis verteilt die 1b von frau mauerberger bedankte sich für das geschenk und zeigte bei der verabschiedung schon geschlossenheit das erzgebirge freut sich über das gold von kugelstoßerin christina schwanitz bei den weltmeisterschaften in peking die sportlerin vom lv 90 erzgebirge thum gewann mit einer weite von 20 37 metern kugelstoßer david stahl kehrt mit einer silbermedaille heim beide sportler werden bald im erzgebirge zu erleben sein am 4 september trifft sich wieder die weltklasse zum 12. tuma werfertag alle informationen gibt es wieder unter www.tuma-werfertag.de der bereich waffen- und sprengstoffrecht des landratsamtes erzgebirgskreis zieht vom derzeitigen standort paulus jenisiusstraße 43 in annerberg buchholz in das dienstgebäude steinweg vier in annerberg und bleibt aus diesem grund am 27 und 28 august geschlossen ab 31 august sind die mitarbeiterinnen und mitarbeiter dann am neuen standort zu erreichen die bekannten telefonnummern ändern sich nicht in annerberg buchholz war am dienstag baubeginn im bereich adam riesstraße und b 101 die kreuzung b 101 adam riesstraße haltenstraße ist bis zum 29 september voll gesperrt dadurch gibt es auch behinderungen bei der verkehrstechnischen erreichbarkeit von arbeitsagentur und landratsamt umleitungen sind ausgeschildert vor dieben ist auch im erzgebirge nichts sicher hier ein paar beispiele aus den letzten tagen in älterlein stahlen diebe mehrere hundert kilogramm kupfergranulat von einem firmengelände in der straße hammergrund in aue in der damaschke straße hatten es unbekannte diebe auf die räde eines pkw mercedes abgesehen das auto stand auf einem firmengelände und wurde auf pflastersteine aufgebockt vorgefunden in schwarzenberg machten sich unbekannte in der oberen schlossstraße in den räumen einer kirchgemeinde in einem mehrfamilienhaus zu schaffen ins innere kamen die täter indem sie die eingangstür aufhebelten gestohlen hat man einen hölzernen opferstock mit bargeld in bärenstein entwendeten bisher unbekannte täter aus einer verschlossenen garage in der bergstraße ein drei jahre altes quad im wert von 3500 euro in all diesen fällen ist die polizei für zeugen hinweise dankbar kurz vor ausstellungseröffnung der artfigur 2015 am 28 august bekommen die jungkünstler des gleichnamigen junioren wettbewerbs noch einmal nach preisvergabe ihre eigene bühne die präsentationsfläche dehnt sich dabei über die gesamte schwarzenberger innenstadt aus denn zu sehen sind die eingerechten plakate in den schaufenstern der alt und vorstadt ausgestellt sind dabei nicht nur preisträger und gewinner sondern auch viele andere einreichungen welche die jury als sehenswürdig empfand mit der schaufenster aktion möchten sich die initiatoren und sponsoren des kunstwettbewerbs bei allen teilnehmern bedanken und weiterhin den spaß an der kunst fördern vor genau 25 jahren landete der damals noch völlig unbekannte musiker matthias reim einen hit der ihn buchstäblich über nacht zum superstar machte verdammt ich lieb dich genauso heißt auch seine aktuelle deutschland tournee bei der er vor zahlreichen fans auch auf der festwiese des wasserschlosses klaffenbach dem publikum kräftig einheizte matthias reims neue produktion begeistert sein publikum seit tourstart abend für abend mit neuen arrangements setzt der künstler auch musikalisch neue akzente die seine musik vielseitiger erscheinen lassen in klaffenbach erlebten die besucher ein tolles jubiläumskonzert vor einer der schönsten sehenswürdigkeiten im erzgebirge der kreis sportbund erzgebirge hatte jüngst zu einer dankeschön veranstaltung in den golfpark west erzgebirge eingeladen dabei unterzeichneten beide einrichtungen einen kooperationsvertrag der kreis sportbund verspricht sich einer partnerschaft die für beide seiten und dem sport im erzgebirge viele vorzüge bietet ein solcher vertrag zwischen einem gemeinnützigen regionalen sportbund und einem betreiber einer golfanlage ist bisher ein novum anlässlich 70 jahre befreiung vom nationalsozialismus gibt es am freitag in annerberg buchholz eine gedenkveranstaltung eine delegation französischer überlebende des todesmarsches neustazfurt annerberg wird dabei an das schreckliche geschehen im frühjahr 1945 erinnern das für hunderte häftlinge den tod bedeutete um 16 uhr sollen dazu am gedenkstein an der kreuzung b95 b101 grenze und blumen niedergelegt werden im anschluss darin wird oberbürgermeister rolf schmidt die delegation im annerberger rathaus empfangen die landesgartenschau in oelsnitz könnte auch für fledermäuse attraktiv sein mit der fledermaus freundlichen sanierung des großen und kleinen stellwerks auf dem gartenschau gelände hat sich die stadt aktiv für den schutz und erhalt der kleinen tierchen eingesetzt dafür erhielt der bürgermeister der stadt oelsnitz und landesgartenschau chef bernd birkigt die plakette fledermaus kommens haus von der landesstiftung natur und umwelt ergänzend zur auszeichnung zeigt die stiftung eine ausstellung welche über lebensweise gefährdung und schutzmöglichkeiten unserer heimischen fledermäuse informiert diese kann im foyer der blumenhalle noch bis zum 31 august besucht werden in auswertung ihrer großen anfrage zehn jahre hartz vier in sachsen ergebnisse erfahrungen und schlussfolgerungen hat die fraktion die linke in stolberg und blauen regional konferenzen durchgeführt an den gesprächen namen vertreterinnen der agentur für arbeit der jobcenter sowie von vereinen und initiativen die sich um betroffene kümmern teil zu den ergebnissen erklärt die sozialpolitische sprecherin der linken susanne schaper besonders der pflegebereich kann vielen arbeitslosen menschen möglichkeiten bieten um im ersten arbeitsmarkt wieder fuß zu fassen sachsen braucht einen sozialen arbeitsmarkt denn mit ihm ließen sich auch langzeitarbeitslose menschen deren anteil im freistaat deutlich über dem bundesdurchschnitt liegt wieder in den arbeitsprozess integrieren der naturpark erzgebirge vogtland bekommt unterstützung die 23 jährige nadine armer wird in den nächsten drei monaten als umweltpraktikantin im erzgebirge tätig sein hintergrund des praktikums ist nadines studium in landschaftsarchitektur und landschaftsplanung welches sie an der fachhochschule erfurt demnächst abschließen wird während des praktikums setzt sich nadine aktiv für den umweltschutz ein aufgaben werden unter anderem die vermessung angebauter staus und das sogenannte wassermonitoring sein dabei werden wasserstände wie die der talsperre karlsfeld erfasst und beobachtet um herauszufinden wie viele huminstoffe aus den hochmooren in das trinkwasser eingespült werden außerdem steht auf dem plan direkt hand anzulegen wenn es um den bau von stauanlagen geht auf die arbeit in den mooren freut sich nadine armer besonders ja zum einen finde ich hochmoore unglaublich faszinierend weil die sind total alt und entstehen tausende jahre lang und ja es ist einfach total spannend weil so viel landschaftsgeschichte in den hochmond steckt und ja sie gehen immer weiter zurück und ist halt wichtig die zu schützen und ja dafür möchte ich mich halt einsetzen neben dem praktikum schreibt nadine armer derzeit an ihrer bachelor arbeit nach erfolgreichem abschluss will sie weiter im master studieren das umweltpraktikum wurde 1990 von kommerzbank und deutschen nationalparks ins leben gerufen seitdem haben mehr als 1400 studenten daran teilgenommen die kommerzbank finanziert zudem das praktikum mit einem gehalt sowie unterbringungs- oder fahrtkosten in annaberg buchholz lädt das netzwerk für demokratie und courage kinder bis ende september ganz herzlich zu einem malwettbewerb ein unter dem motto kunterbund ist unsere stadt soll die vielfalt von menschen verschiedener herkunft auf kreative weise aufs papier gebracht werden die besten werke werden veröffentlicht und ausgestellt außerdem gibt es viele interessante preise bis einschließlich 30 september 2015 können die gemalten werke im bürgerzentrum der stadt annaberg buchholz im annaberger rathaus abgegeben werden weitere infos auf kabeljournal.de unter aktuelle meldungen suchwort malwettbewerb ein schwer verletzter und ca 200.000 euro schaden sind die bilanz eines unfalls bei dem am dienstag auf der b 174 in marienberg zwei lkw und ein transporter beteiligt waren der 46 jährige fahrer eines getreidelasters war in einer langgezogenen linkskurve beim bremsen auf die gegenfahrbahn gekommen dort kollidierte er zuerst mit einem entgegenkommenden lkw und danach mit einem zitrönen transporter nach den kollisionen drehte sich der mann und blieb quer über der fahrbahn stehen wobei die zugmaschine im graben stand der transporter blieb ebenfalls quer über die bundesstraße stehen der andere lkw kam nach rechts von der fahrbahn ab und kippte im straßengraben um der mann fahrer wurde mit einem rettungshubschrauber in ein krankenhaus gebracht die anderen beiden fahrzeugführer wurden bei dem unfall leicht verletzt und wir bleiben auf der straße in anerberg buchholz haben die arbeiten im kreuzungsbereich b 101 adam riesstraße haldenstraße begonnen wir haben davon berichtet es erfolgt der neubau eines mischwasserkanals der austausch von trinkwasser strom und gasleitungen sowie die deckensanierung des kreuzungsbereiches und die errichtung einer querungshilfe für fußgänger autofahrer werden gebeten unbedingt die ausgewiesenen umleitungen zu nutzen auch besucher von landratsamt arbeitsagentur und gründer und dienstleistungszentrum sollten sich darauf einstellen die vollsperrung der kreuzung ist bis zum 29 september geplant die adam riesstraße bleibt bis ende oktober voll gesperrt schon bald könnte in gorensdorf mit dem grundschulneubau begonnen werden wie die freie presse berichtet hat der gemeinderat in seiner jüngsten sitzung den auftrag für den rohbau vergeben den zuschlag erhielt eine firma aus blauen die baugrube wurde durch den eigenbetrieb der gemeinde bereits ausgehoben zu den straßen die in diesem sommer gebaut wurden gehört die es 273 in albernau unter vollsperrung wurde in den vergangenen tagen die fahrbahn der bockhor straße erneuert laut plan soll die sperrung bis freitag dieser woche dauern alte familienrezepte für eine bundesgenusskarte aus dem erzgebirgskreis sucht die gewerkschaft nahrung genuss gaststätten die ngg dresden chemnitz hat für die rezeptsammlung einen guten grund die genussgewerkschaft wird in diesem jahr 150 jahre alt in ihrem jubiläumsjahr will sie die heimischen lieblingsgerichte zusammen mit anderen regionalen spezialitäten als bundesgenusskarte und in einem ngg jubiläums kochbuch präsentieren egal woher das rezept kommt ob vom zettel in der küchenschublade oder aus dem alten familienkochbuch vom dachboden die ngg möchte wissen was der erzgebirgskreis der ältesten gewerkschaft deutschlands zum 150 serviert alle zutaten und auch die tricks mit denen das gericht am besten gelingt sollten verraten und an die ngg rezept box geschickt werden hv.presse at ngg.net stichwort rezept oder per post an die gewerkschaft nahrung genuss gaststätten ngg hauptstadtbüro luisenstraße 38 in 10117 berlin rezept annahmeschluss ist der 30 september 2015 die stadt annerberg buchholz hat für öffentliche flächen am schutzteich die zwischen mariengasse pfarrgasse ernst rochstraße und lindenstraße liegen ein alkoholverbot in kraft gesetzt anlass waren wiederholte lärmbelästigungen körperliche auseinandersetzungen sowie zerstörungen in diesem bereich bei denen auch alkoholkonsum bei den beteiligten eine rolle spielte polizei und stadt kontrollieren die einhaltung des alkoholverbots täglich sollen streifen am schutzteich durchgeführt werden bei verstößen oder zuwiderhandlungen können platzverweise ausgesprochen und empfindliche bußgelder verhängt werden die geltungsdauer ist zunächst auf einen monat sowie auf die zeit dienstags bis sonntags von 14 bis 22 uhr befristet danach wird über das weitere vorgehen entschieden die smalang und ronnie tschierske haben als glück auf team aus annerberg buchholz in der nähe der westsibirischen stadt tomsk die jury beim prasnik topora dem fest der axt überzeugt zum thema märchen und sagen hatten sie eine von zwei skulpturen getragene bank aus sibirischer zeder gefertigt sie wählten dazu die sage vom zwergenkönig orono massan die achtköpfige jury unter leitung des in russland sehr bekannten bildhauers und mitgliedes der akademie der künste leonti usow verlieh der arbeit in der kategorie kreative holzbildhauerei den zweiten platz während des internationalen symposiums kam es zu vielen interessanten begegnungen dabei überreichten die smalang und ronnie tschierske im gespräch mit gouverneur sergei aschwatschkin als gastgeschenk des landrates frank vogel einen hölzernen kleinen pikus der fc erzgebirge aua hat am mittwochabend sein heimspiel gegen den vfra allen gewonnen das einzige und damit entscheidende tor schoss louis samson in der 30 minuten das spiel sahen 8000 zuschauer nach fünf spieltagen stehen die feilchen mit zehn punkten auf tabellenplatz drei ohne punkte kehrte der ehv aua am mittwoch von einem auswärtsspiel heim bei der tsg friesenheim wurde mit 20 zu 22 verloren die nächsten spiele der fce muss am sonnabend 29 8 14 uhr beim aufsteiger würzburger kickers ran und der ehv aua empfängt am 6 september den asv ham westfalen für die meteorologen geht am 31 august der sommer zu ende für die straßenbauer noch nicht so wird ab montag die b 283 im abschnitt zwischen dem abzweig blauental und dem abzweig albernau bockau voll gesperrt bis 23 oktober werden deckensanierungsarbeiten durchgeführt die umleitung führt über bockhardsgrün schorlau und albernau in der zeit vom 31 august bis 11 september ist die ortsdurchfahrt im eibenstocker ortsteil weiters glashütte vom abzweig karlsfeld bis wendestelle voll gesperrt auch hier werden deckensanierungsarbeiten durchgeführt änderungen im schüler und linienverkehr sind jeweils an den aushängen an der haltestelle zu entnehmen in schneeberg kann man derzeit vom kreuzungsbereich postplatz ritterstraße aus gut die hospitalkirche sehen bis vor kurzem war das noch nicht möglich weil zwischen beiden punkten eine häuserzeile stand die gebäude postplatz zwei und vier momentan verschwindet das gebäude aus dem schneeberger stadtbild um für ein neues geschäftshaus platz zu machen eine drogerie kette will hier bauen in aue wird nicht nur die straße vor schwimmhalle und helios klinikum gebaut auch an der peripherie gibt es baustellen die zu beachten sind so bleibt die bei ausflügern beliebte parkstraße bis voraussichtlich 30 oktober im bereich einmündung alte johannstädter straße bis aussichtsplattform aufgrund einer straßeninstandsetzung mit hangbefestigung voll gesperrt die zufahrt zur parkwarte ist für diesen zeitraum nur über das wohngebiet eichert möglich in vorbereitungen des straßenbaus der schorlauer straße in aue im nächsten jahr wird bis voraussichtlich 18 12 2015 ein stützmauerbauwerk für den schorlaubach errichtet um diese maßnahme ausführen zu können muss die schorlauer straße höhe grimmweg bis lagerplatz auch halbseitig mit ampelregelung gesperrt werden bei der henker werkzeuge und werkzeugmaschinen gmbh steht ein geschäftsführerwechsel bevor dr bernd henschel wird anfang september die geschäftsführung an diplomingenieur andreas viehweger übergeben der sich in den letzten 18 monaten in seine neue aufgabe eingearbeitet hat bernd henschel hatte das unternehmen gemeinsam mit karl kaufmann aus baden-württemberg am 2 august 1990 noch vor der deutschen wiedervereinigung gegründet das neue firmengebäude in stolberg an der autobahn a 72 dokumentiert dass henker seinen platz als produktionsnahes handelshaus gefunden hat und weiter ausbauen will mehr als 1400 kaufende kunden betreut henker intensiv und erzielt einen umsatz von jährlich circa 15 millionen euro jedes jahr findet rund um den auersberg die veranstaltungsreihe kultursommer statt konzerte lesungen und ausstellungen locken zahlreiche besucher in die region traditionell gehört zum kultursommer am auersberg die sommergalerie welche dieses jahr in ihrer vierten auflage im kirchnerhaus in bockau stationiert ist hier haben mehr als 40 hobbykünstler über 64 exponate ausgestellt vertreten ist dabei alles was man als kunst ansehen kann malereien schnitzarbeiten gestricktes und mehr besucher der sommergalerie haben zudem die möglichkeit über ihren favoriten abzustimmen am letzten ausstellungstag dem 6 september findet zu einem sommerfest die prämierung der siegerstaat nvam verlängert die zusammenarbeit mit dem fc erzgebirge aue für die saison 2015 2016 der hauptsponsor engagiert sich seit mehr als zehn jahren für die feilchen besonders das nachwuchsleistungszentrum sowie die kinder und jugendmannschaften profitieren von dieser förderung anlässig der vertragsübergabe spendierte nvam zehn signierte fußbälle die in der halbzeitpause von nachwuchsspielern ins publikum gekickt wurden ja und der kollege templin wird sie auch durch die kommende woche begleiten zum schluss noch eine kurze info in eigener sache in einigen kleinen bereichen unseres sendegebietes gab es in den vergangenen tagen übertragungsstörungen auf die wir wenig bis gar keinen einfluss hatten weil sie direkt im funknetzbereich lagen trotzdem bitten wir das zu entschuldigen es wird daran gearbeitet in diesen fällen lege ich ihnen noch unser internetportal kabeljournal.de ans herz hier finden sie immer aktuell nicht nur die nachrichten sondern auch unsere sendungen jederzeit zum abruf teilweise sogar noch vor dem sendestart im tv bis hierher danke fürs zuschauen und bis bald klick auf am 12 september heißt es wieder ab in die city der gewerbeverein stolberg lädt zur neunten einkaufsnacht ein erleben sie stolberg am abend und bei nacht vom postplatz bis zur herrenstraße erwarten sie ab 18 uhr tolle angebote viele überraschungen und attraktionen die stadt bietet das perfekte einkaufserlebnis für groß und klein ab in die city die neunte stolberger einkaufsnacht am 12 september schalten sie mal ein dahint da muss er ja brennen er brennt aber nicht dann ist nicht eingeschaltet dann können wir auch nichts machen ja wieso warum brennt er denn nicht also schließlich und endlich sind sie doch der fachmann ja ich schon aber der nicht er ist doch knabe von der kaputte scheinwerfer über wo ist meine brille bis das fotoatelier und anderen bekannten szenen aus karl valentins lebenswerk nehmen wir sie mit in diese herrlich absurde welt dieses wort künstlers mit seiner ganz besonderen eigenartigen ausdrucksweise mögen hätte ich schon wollen aber dürfen habe ich mich nicht getraut der karl valentin abend im bürgergarten stolberg am 20 september karten vorverkauf in allen geschäftsstellen der freien presse oder www.eventim.de karl valentin karl valentin Jede beating Lige und die Bolzetten Baby, baby, she know her's not the way Hey, hey, hey Got a right one in hell I like your style Give it to me once Give me a smile Give it to me once Baby, come on Give it to me, give it to me Come on Come on Yeah, come on Yeah, who knows Hey, yeah, yeah Come on Oh, 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 oh Oh, das ist es. Ich liebe es. Wir sorgen für lauschige Spätsommernächte. Ich liebe es.